Hallo, ich möchte Ihnen im Namen des ganzen Fachgebiets ROR und insbesondere natürlich im Namen von Herrn Professor Greguleit frohe Weihnachten wünschen, frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und ab Anfang Januar sehen wir uns dann hoffentlich wieder, denn ab da planen wir die Veröffentlichung unserer neuen Ruhrpott-Folgen mit spannenden Themen, Ihren Meinungen dazu und hoffentlich kontroversen Diskussionen. Wir freuen uns darauf. Bis dahin!